Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Project Architect Teil 2. Ich habe mir jetzt einmal eine Gemrüstung hier gemacht und ich probiere gerade aus, ohne einen kleinen Star das Ganze zu machen. Der kann eigentlich weg. Brauche ich den noch? Können wir gerade mal kurz ausprobieren, das weiß ich nämlich gerade tatsächlich gar nicht. Wir scheinen keine Luft zu verlieren mit der Gemrüstung. Okay, das war auch eigentlich ursprünglich mal der Hintergedanke. Das heißt, das können wir so weit wegpacken, den packen wir hier wieder rein. Was ganz cool ist, wir können hier so über Wasser laufen. Das ist recht entspannt. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Wir haben auf jeden Fall die Rüstung gemacht. Ich habe jetzt auch das Red Katar gemacht und den Red Morningstar. Denn das Red Katar, das steht zwar hier nur bei 28 Schaden, aber wenn ihr das passend gebeindet habt, dann könnt ihr gefühlt jedes Monster one-hitten. Das hat so eine Special-Fähigkeit. Und ich habe es jetzt auf C ist das bei mir. Ich habe alles andere weggebeindet. Dann seht ihr auch, geht er so nach unten. Weil der jetzt im Modus drin ist, dass er nur feindliche Sachen töten soll. Ja, wird er mit dem AOE-Angriff da nichts angreifen. Das können wir vielleicht hier nochmal kurz sehen, wenn die wieder neu spawnen. Also ich stehe nicht direkt da. Und ich meine, dass man auch einen Warden damit one-hitten kann. So, zack, bumm. Dann ist er da gestorben. So, und dann habe ich jetzt nochmal bei einem anderen YouTuber gesehen, das hier vielleicht ein bisschen besser gemacht ist. Also das ist jetzt hier 5x5. Und habe ich breit hier drin gemacht. Und dann... Wird das so hier dran geklatscht. Ist ja auch interessant. Ich bin hier hochgeflogen, damit ich auf der passenden Höhe bin. Das ist alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn ich mich hier einen auflasse. Ich glaube, prinzipiell kommt der Wither durch eine einblockbreite Öffnung, kommt der glaube ich durch. Stellen wir uns hier mal so an den Rand hin. Der sollte jetzt hier Kabumm machen. Wenn wir ihn dann hier an den Mob-Mesher dran packen, dann stirbt er auch recht schnell. Ich habe hier einmal Sharpness und einmal Smite drin. Der ist ja ein untotes Monster. Das heißt, Smite bringt hier nochmal ordentlich Schaden rein. Und so können wir zumindest recht schnell... Das geht mir ein bisschen auf den Nerven. Aber egal. Das kann man alles bestimmt noch optimaler lösen. Aber egal. So haben wir das zumindest mehr oder weniger ein bisschen einfacher gemacht, den zu farmen. Und müssen nicht immer ins End gehen. Das ist ja so doch schon ein bisschen angenehmer. Aber vielleicht bauen wir den nochmal ab und setzen den hier eins höher hin. Das werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen afkalern machen. Ja, dann habe ich mir überlegt für heute. Würde ich glaube ich für den Elder Guardian mal gucken. Weil wir haben sonst alles andere schon fertig gecraftet. Uns fehlt quasi nur die Guardian Soup und Slap of Elder Guardian. Was vielleicht ganz interessant ist oder was ganz wichtig ist. Logischerweise müssen wir hier wieder das Messer nehmen. Ich weiß nicht, ob diese Delight Sachen auch so droppen, wenn man ein Monster tötet. Aber hier für die Guardian Soup, da braucht ihr normalen Guardian oder etwas Dropped. Das heißt, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist ein Mobswap. Dass wir im Zweifel sowohl den Elder Guardian als auch den normalen Guardian in den Mobswap packen. So. An Ocean Monument. So. Und dann fliegen wir da mal hin. Nehmen wir noch trotzdem dann vorsichtshalber das Messer gleich hier mit aus dem Inventar. Eigentlich soll es uns jetzt schon gerade machen, bevor wir was vergessen. Ich kenne mich ja. Äh, so. Wie gesagt, Mobswap für den Guardian und für den Elder Guardian. Hauen wir glaube ich eh nur einmal töten. Sollte das fein sein. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich sofort wieder beim Monument. So, da bin ich wieder. Wir sind hier einmal bei einem Monument angelangt. Jetzt, äh, wir mal den hier töten. Wir haben sogar direkt einen Guardian rausbekommen. Okay, also wie gesagt, den brauchen wir nur einmal hier für die Suppe. Dann kriegen wir die direkt raus. Brauchen wir jetzt noch noch Slap of Elder Guardian. Wie gesagt, den Rest habe ich hier soweit schon vorbereitet gehabt. Ja, dann, äh. Ja, jetzt haben wir den Effekt da, dass wir unter Wasser da nicht abbauen können. Gar nicht, das passt was aus. Ja, wir würden theoretisch da noch was abbauen können. Aber das dauert halt echt sehr, sehr lange. Ah. Hier ist kein Eingang. Beziehungsweise da ist leider Glas vor. Dann nehmen wir mal den normalen Eingang. Ja. So. Ich könnte trotzdem die Monster hier noch so angreifen, aber wahrscheinlich nicht mit dem AOE-Angriff. Ein Dreizack drin. Right. Äh. Wo sind wir hier lang? Interessanterweise macht er mit diesem AOE-Angriff, macht er uns nicht direkt, äh, oder töten wir die nicht direkt. Da habe ich gerade Angst. Den Elder Guardian nicht mehr auf der Karte. Dass wir den gerade aus der Seen umgebracht haben. Dann wird es heißen, dass wir ein neues Ding suchen müssen. Wäre ein bisschen ärgerlich. Nein, wir könnten das auch, äh, herausfinden, indem wir eine Milch trinken. Nee, das ist er. Äh, Elder Guardian. So. Dann. So, und dann einmal mit dem Messer. Zack. Was bekommen? Slap of Elder Guardian. Jo, perfekt. Ja. Das heißt, die Guardian-Zug müssen wir noch einmal machen. Und irgendwas, was nicht eben zähbar ist. Nee. Okay. Perfekt. Das hat sehr gut funktioniert. Dann können wir schon wieder direkt nach Hause gehen. Äh, ja. Jetzt haben wir natürlich noch Mining-Fatig hier drauf. Aber das soll uns mal gerade nicht stören. Kochen wir nämlich hier gerade einmal was. Und zwar hier die Guardian-Swoop. Oh. Das da rein. Und was war das noch? Onion, Tomato und eine Bowl. Onion. Das waren zwei Tomaten. Und eine Bowl. So. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, ob das getrennt hin muss. Aber so klappt es auf jeden Fall. Sehr schön. Zack. Guardian-Swoop. Quest complete. Steht da auch schon. Und dann craften wir das einmal. Und was ist das hier noch? Anti-Meta. Anti-Meta. So, weil das Haltbarkeit verloren hat. Okay. Egal. Wir haben den Plyschi einmal. Können den hier einscannen. Zack. Den hier rausnehmen. Und hier einmal die Belohnung einsammeln. Ja, leider haben wir Eisen bekommen. Weil es besteht eine geringe Chance, dass ihr bei diesen Belohnungen hier auch hier ein von den anderen Plyschis bekommt. Und das wird das natürlich enorm beschleunigen. Gerade auch hier zum Beispiel der vom Drachen. Weil wir hier nochmal in das Modpack einsteigen müssen und hier Verzauberung holen müssen für den Infused Dragon Breath. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Was ich übrigens auch noch gesehen habe. Ich habe mich ja gefragt, wie ich hier diesen ominous trial key bekommen. Da habe ich tatsächlich einfach ein bisschen hart verkackt. Und zwar... Können wir das einmal so nehmen, dass er das aktualisiert. Wenn ich nochmal in eine Trial gehe. Ich melde mich mal sofort wieder, wenn ich in einer neuen Trial bin. So, jetzt habe ich glaube ich leider schon einen Spawner getriggert. Aber ansonsten könnt ihr den einmal trinken. Dann habt ihr Bad Omen Effekt. Wenn wir dann jetzt hier die triggern, dann seht ihr schon... Der kommen alle... oder die Spawner verändern sich. Es wird dann jetzt in... Okay, schade, steht da nicht anders bei. Aber das wird jetzt so ein anderer Spawner. Da kriegen wir jetzt im besten Fall... Leider haben wir es hier jetzt nicht bekommen. Aber da bekommen wir im besten Fall... den anderen Key raus. Da ist jetzt dieses Red Katar auch sehr gut. Da wäre ich hier einfach die... im AOE-Modus einfach töten können. Und da haben wir tatsächlich den Trial Key bekommen. Das ist sehr schön. Wir können hier sonst auch noch einmal kurz looten. Geht halt echt super schnell so. Das hier würde ich echt gerne... so einen Vault da einmal haben. Ich glaube in der allerersten Trial... wo ich mir auch mal... einen Greystone hingepackt habe. Können wir vielleicht einmal ganz fix nachgucken. Ich weiß, dass ich da gerade eine Truhe... liegen lassen habe. Aber das triggert neu. Wären die denn nach einer Zeit neu getriggert? Oder ist das jetzt nur wegen dem Effekt? Was da seinerweise... könnt ihr mir das gerne mal... in die Kommentare schreiben. Mir geht das ein bisschen... auf die Nerven. Da kann ich dann... so... extra Sound. Ich kann ja gerne leise an sein. Aber ansonsten ist das ein bisschen... ein bisschen anstrengend. Normale Vault. Ich weiß nicht, irgendwo muss er auf jeden Fall... irgendwo... so ein Special Vault sein da. Okay. Auch nicht wirklich was... krass ist. Ach, unsichtbare Spinnen. Na klar. Warum auch nicht? Okay, sehr schön. Dann haben wir das auch einmal. Äh, dann... fehlt uns hier den Evoker. Auch nur noch der Soulstone. Und hier das Archmage Spellbook. Dafür brauchen wir das Wilden Tribute. Müssen wir den Wilden Chimera töten. Okay. Äh, ja. Äh, ich... schau mal... wie es jetzt... weiter geht. Bis gleich. So, jetzt wollen wir einmal so ein bisschen das Setup bauen... für Industrial Foregoing. Da wir da auch noch früher oder später hin müssen. Und, äh... ja, besser. Wir gehen da ein bisschen zu früh ran als, äh... zu spät. Da fällt mir gerade noch ein. Ich hab hier noch gerade was von Pipes vergessen. Zack. Die allemann hier rein. So, dann... müssen wir jetzt mal gucken... Das war natürlich jetzt genau falsch herum. So, zack. 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 Die werden alle so bepowert. Dann kommt oben ein Blockplacer drauf. Äh, warte. Den nehmen wir nochmal kurz weg. Wir packen den mal hier drauf. Guckt er zufällig nach unten. Das wäre genial. Der guckt nach unten. Das ist perfekt. So, dann müssen wir hier die einmal alle verbinden. Denn die Flüssigkeit soll ja hier raus. So, dafür brauchen wir... Fluid, Pipe und eine Wrench. So. Äh, das führen wir hier mal unten komplett ab. Ja, hier kommt ja auch noch einer drauf. Zack. Ähm. Oh. Die Frage... Ach komm, wir nehmen kurz das Shrinking Device. Ja, dann sind wir schon mal klein. Können dann einmal mit der Wrench hier überall den Output stellen. Denk mal, hier brauchen... Oder hier braucht kein großartiges Upgrade rein. Produziert wahrscheinlich eh zu langsam. So, dann brauchen wir jetzt einmal eine Itempipe. So. Und einen C-Link. Hier im C-Link. Da reicht auch der einfache. Und wir brauchen Acacia-Logs. So. Denn das Ganze funktioniert wie folgt. Ah. Also mit diesem Red Matter-Ding kann ich nicht in der Luft fliegen und... Also fliegen und, äh, dann shiften. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Irgendwie... Kann man das ja schon hinkriegen, ne? So. Dann Output. Und hier Acacia. So. Dann sollte der sich jetzt langsam füllen. Der ist hier Always On. Und dann sollte hier... Eigentlich schon sich Latex bilden. Genau. Perfekt. Das funktioniert ja schon mal sehr gut. Dann brauchen wir hier jetzt nochmal Pipes, die hier lang gehen. Dann sollte das Latex hier reinkommen. Ich glaube, wir brauchen Wasser dafür, oder? Auf jeden Fall brauchen wir Power. Da können wir einmal ein Flux Point nehmen. Weil hier logischerweise nicht drin. Das haben wir ja alles hier über das Transmutation Tablet. Hier, äh, reicht einer. Und dann machen wir den Rest per Kabel. Ah. Universal Cable. Fatschen wir hier mal dran. Der hier Strom. Zack. Weil mit Strom produzieren die auch schneller. Muss ich nur gucken. Dadurch, dass ich mal hier, äh, so eine Priorität gesetzt habe, war das teilweise ein bisschen komisch. Aber die kriegen jetzt alle Energie. Ziehen hier immer was raus. Äh, was ganz interessant ist bei diesen Akazia Logs. Was ist das hier mit bei? Ja, der Fluid Extractor. Vielleicht soll ich mal kurz gucken. Also die ganzen Blöcke hier, die geben euch von 1 bis 4 Millibuckets pro Arbeitseinheit. Und bei den Akazia Blöcken ist das, äh, oder sind das 4 Millibuckets. Dafür, dass das ja alles den gleichen EMC Wert hat, können wir auf jeden Fall die Akazien Stämme nehmen. Und statt 4 Millibuckets pro Arbeitseinheit, äh, verdreifachen wir das durch die Bepowerung von den Fluid Extractor. So, dann sammelt sich das hier jetzt passend. Dann können wir jetzt hier noch einmal, äh, hat der Zink zufällig? Er hat keinen EMC Wert. Habe ich hier mal zufällig mehr gemacht? Nee. Das heißt, wir machen gerade noch einmal einen Dingensbummens hier. Haben ja echt keinen Wassereimer mehr. Ja, es ist doch ein bisschen belastend. So, dann einmal den Zink hier. Da kommt dann auch eine Fluid Pipe hin. Das können wir ja damit eigentlich kurz machen. weg, das geht hier rein. Der produziert jetzt hier jeweils immer ein bisschen Dry Rubber. Und das können wir dann eigentlich mit einer Item Pipe zu einem Ofen weiterschicken. Es ist gerade die Frage, reicht ein normaler, oder so ein Iron Furnace. Mod Iron Furnace. Und jetzt hier machen wir hier krafti, krafti, zack, bumm, peng, pau. Brauchen wir aber noch hier das Generator Augment. Das haben wir hier. So. Ah, nee, nicht Generator. Das war jetzt Quatsch, was ich gemacht habe. Dann hier Factory. Okay, so geht's auch. Kann hier ruhig Autosplit sein. Links kommt der Input. Bin ich hier zufällig auch alles einfach. So, der hat hier ja sonst nix mehr und rechts soll er sonst den Output machen. So, da brauchen wir dann noch einen Importer. Geht ja hier auch einmal Fix Craften. Ähm, hierbei. Äh. Ja, nicht schön, aber selten, ne? Und dann hier die Item Pipe wieder hin, zack. Hier auf Output. Dann verschwindet hier das Dry Rubber, wird hier direkt gebrannt. Er sollt auch eigentlich hinhauen von der Geschwindigkeit. Denke ich. Das kann nicht, wie viel der immer braucht, ob er 1000 Millibuckets braucht, um ein bisschen Dry Rubber herzustellen. Aber wir sehen ja, es wird weniger. Das war jetzt noch, weil das hier im Lager mit drin war. Und dann können wir hier einmal Cable nehmen. Zack. Sieht jetzt alles nicht so schön aus, aber er füllt seinen Zweck. In der Optik kann jeder. Die Funktion ist nur später wichtig. Sollte der das rausziehen. Perfekt. Dann haben wir nämlich jetzt auch schon eine Plastik. Äh. Also eine kleine Plastikfarm. Und dann können wir sonst im nächsten Schritt gucken, wegen einer Pink Slime Farm. Da würde ich mal kurz sagen, bereite ich mal alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen erweitert. Äh. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen hier Upgrades zu machen für den Fluid Extractor. Oder generell, dass wir die haben. Ähm. Und zwar, weil wir für die Rezepte, zum Beispiel für die Upgrades hier Latex brauchen, äh, habe jetzt hier ein Improved Pipe Upgrade gemacht, das hier wirklich überall bei der Distribution Round Robin ist. Also, dass hier überall gleichmäßig verteilt wird. Leider hat es nicht geklappt, einen Importer direkt hier an die Fluid Pipe anzuschließen. Darum hier einmal ein, äh, Tank hier zwischengepackt. Und da dann ein Importer. Sprich, die Hälfte von dem Latex, was wir haben, sollte weiter produziert werden zu Plastik. Und die andere Hälfte sollte dann, äh, in unseren Tank gehen. So, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, bringt das Speed Upgrade, ist logischerweise einfach ein bisschen schneller. Das Processing Upgrade, das soll wohl machen, dass er statt, äh, einer Aktion, die er hier einmal durchführt, äh, wohl zwei Aktionen machen soll. Und das Pro, äh, das Efficiency soll, glaube ich, einfach weniger Energie kosten. Jetzt können wir mal gerade ganz kurz im Fluid Terminal nachgucken, wie viel wir noch haben. Wir haben drei gerade. Das heißt, ich würde noch für die anderen beiden gerade jeweils ein Speed Upgrade machen. Und dann können wir sonst mal hier das Efficiency Upgrade machen. So, ich habe leider, oder ist mir gerade eingefallen, dass ich die, äh, hier Time in the Bottle da, wie es ja in All the Mods heißt, äh, dass ich den irgendwann mal weggepackt habe. Da sind mir mittlerweile schon so viele Stunden flöten gegangen. Aber ne, ja. Happens to the best of us. Hätte ich besser machen können. Auf jeden Fall, was das Schöne auch ist, ihr könnt hier in den Crafter die Rezepte reinpacken mit Flüssigkeit. Das ist vielleicht ganz, äh, oder relevant vielleicht nochmal für euch. Äh, der saugt sich das automatisch mit rein und der packt das dann hier auch passend rein. Hier die Speed Upgrades, die zwei einmal und dann Efficiency. Dann vielleicht einmal gerade gucken. Also wir brauchen jetzt 500 pro Ding. Okay, ich sehe jetzt keinen großartigen Unterschied. Okay, so ist er aber bei über 30 beim Progress, wenn er anfängt. Wenn ich das hier drin habe, startet er unter 30. Also das wird dann wahrscheinlich einfach einen Ticken schneller gehen. Ihr könnt die Upgrades auch nicht stacken. Also da keine Angst, dass ihr irgendwas doppelt und dreifach reinpackt. Aber so, das sollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen schneller schon mal funktionieren. Dass ihr die anderen Upgrades da reinpackt. Und dann mache ich mich jetzt mal dran, hier den Pink Slime zu machen. Dafür brauchen wir nämlich das Golden Egg. Oder damit ist das ganz einfach. Das könnt ihr relativ easy herstellen, indem ihr Hühnerfutter macht. Hier braucht ihr vier Eimer mit XP, eine Karotte, hier so eine Beetroot und Weizen, Potato und dann hier noch irgendwelche Seeds. Das füttert ihr an ein Hühnchen und dann kommt da ein Golden Egg raus. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Die Light Full Dirt. Will Snowcap at night if exposed to the sky? Okay, dann schlafen wir ja mal ganz kurz. Ist die Frage, wenn da steht irgendwie, dass das mit Schnee überdeckt ist, ob man dem einfach entgegenwirken kann, indem man da eine Fackel platziert. Aber egal. Jetzt ist vielleicht noch... Jetzt ist die Frage, ob der dieses Silt Grass Block auch umwandelt. Ich baue es mal vorsichtshalber ab. So, in einem 5x5 Bereich macht er das. So, zack, zack. Holen wir uns mal hier dort. Das Ganze hier einmal voll mit normaler Erde. Und packen dann das hier drauf. Ja, das hat ja schon mal gut geklappt. Das war aber eigentlich tatsächlich dann ein bisschen zu früh. Was nehmen wir denn? Einfach Glas, ne? Wer ist ein Häschen-Spawn hier? Oh, mein. Die wissen, dass ich die einfach nur abschlachten möchte. Die kann ich ja auch zumachen, ne? Die Frage ist, mache ich hier einfach einen Deckel drauf. Ich glaube, das wohl. Da war natürlich für die Höhe zu wenig Glas mitgenommen. Ach komm, nehmen wir direkt zwei Stacks. Den Rest kann ich ja ins System packen. Und dann müsst ihr anderen Tierchen mal dran glauben. Wenn ich euch zu erwischen bekomme. So, guck. Dein Schweinchen. Ah, komm. Ja, ihr dürft leben. Ja, ein paar durften leben, ein paar nicht. Ist halt jetzt ungünstig passiert, würde ich sagen. Okay. Dann können wir die Mobslauter Factory hier hinsetzen. Hier so einen drei Block hohen Bereich. Ich habe gesehen, dass man teilweise diese Grasblöcke hier abbauen muss. Und dann brauche ich jetzt Range Upgrades. Range Upgrade. Ah, ne, das ist dann Range Add-on. Wie weit muss ich denn wohl? Reicht so ein Tier 3? Ich glaube, zwei reicht schon, ne? Wenn wir mit einem, dann sollte er ein Block wahrscheinlich weitergehen hier. Aber wir machen mal Tier 3. Was soll der Geiz? So, Tier 3. Packen wir hier einmal als Rezept rein. So, dann Range, Range, quasi, ne? Wenn wir schnell genug sind, können wir das hier direkt rausziehen und können direkt gucken, ob das passt. Wir waren leider nicht fix genug. Ja, so sieht das doch gut aus. Brauchen wir hier jetzt noch Energie und ein Kabel. Jetzt habe ich aber, glaube ich, keine Universal Cable mehr. Ein bisschen lastend. Den mal. Dann Brust Alloy machen wir mal. Ein paar mehr. So. Das Problem auch gelöst. Zack. Sollte der jetzt die eigentlich töten. Perfekt. Pink Slime sammelt der. Sehr schön. Dann können wir tatsächlich Liquid Meat ist mir eigentlich relativ rumpern. Machen wir das mal hier. Überlauf disabled. Ich habe noch nie gesehen, dass man Liquid Meat für irgendwas gebraucht hat. Bin ich ehrlich. So. Nehmen wir einen Importer. Auch mal ein paar mehr gemacht. Fluids. Und dann haben wir das mal so. Ist nicht schön, aber funktioniert. Perfekt. Dann können wir hier theoretisch auch die Rezepte reinpacken, die hier Liquid, hier Pink Slime brauchen. Ist die Frage, ob wir das machen oder ob das sonst zu sehr die ganzen Sachen überschneidet. Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Also ich meine, ich habe ja extra die anderen gebaut. Hm. Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Äh, ja. Dann würde ich aber sagen, angesichts dessen, dass die Folge schon gut vorangeschnitten, äh, geschnitten vor allem, geschritten ist. Würde ich dann, glaube ich, einfach mal an der Stelle die Folge beenden. Dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge die Stasis Chamber machen. Da brauchen wir ja den Pink Slime. Genau. Simple Machine Frame brauchen wir auch noch. Ja. Da kriegen wir schon alles hin. Langsam aber sicher wie jetzt. Auch hier Laser Drill und sowas weiteres craften. Dann passt das schon. Lass das hier ein bisschen passiv laufen. Also wie gesagt, äh, es kann teilweise sein, dass ihr hier was wie Gras oder so entfernen müsst, weil das sonst nicht weiter spawnt. Aber ich bin mir gerade auch nicht zu 100% sicher. Ich weiß gerade noch nicht ganz wegen einer Abdeckung irgendwie. Jetzt können wir hier, äh, ich klatsche hier einfach irgendwie eine Decke drüber, sodass ich hier noch rein kann, um Grasblöcke oder so zu entfernen. Das sollte ja irgendwie machbar sein. In dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.